um um und hier wird bestimmt auch ganz viel vergessen von bahnbahn bahnbahn ok an das da können wir nicht kaputt machen schon mal das ist das was wir glaube ich aufstellen müssen genau das können wir auch nicht kaputt machen das da können wir kaputt machen ok so das kommt hier hin ok ähm oh man ey ja wir sind schon bei 17 minuten leute ach gottchen das stimmt aber das war ja das ding cool im rückwärtssalto yo das war sehr geil ok da ist nichts mehr mit dem Fahrstuhl will ich noch nicht hoch zack ok ok zack hier können wir so wieder hoch ja genau bin ich durch die Explosion gestorben? echt? nicht das konnten wir mit Darth Maul doch eben auch zerstören also im letzten Part des Dings ok dafür brauchen wir wie es aussieht auch wieder oder 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 hat uns das echt nur Geld gebracht? aber eigentlich müssen wir das denke ich mal zerstören oder? ach man ach man ach man so viele Sachen die wir jetzt nicht machen können weil wir nicht die Mittel dafür haben ha nein ich will erst das Ding zack das Ding zack nicht mehr er kommt da hoch doch ok das war fast gut aber nur fast gut zack achso ähm oh na warte 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 so hier rüber yeah aha als ob er einfach so einen Jump machen kann oder können wir das auch? ich hab keine Ahnung oh ich wette wir müssen jetzt hier auch wieder alle Dinge aufmachen müssen wir nämlich in dem anderen Level was wir gestern gespielt haben aufmachen Leute jede verdammte Tür in diesem einen Abschnitt aufmachen damit einen Scheiß Minikit erscheint was hier nicht? oh wie warum denn nicht? sowas können wir hier denn noch machen ich weiß es nicht was es hier alles noch gibt Alter wir kommen doch niemals wir kriegen doch niemals den wahren Gedi hin alter ich meine wir haben äh ne 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 aber wir müssen den Part auch gleich beenden oder ich würde gleich gerne den Part beenden denn ich muss noch Pokémon aufnehmen und so und ja und ja wir machen diesen Abschnitt hier noch schnell fertig dann behende ich den Part Mann nervige Kackfischer geht weg ach da kommen noch mehr wollte mich jetzt verarschen zack 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 oh wow Moment bringt uns das was diese Treppe hier zu haben kommen wir sonst nicht hoch? ich glaube ne sonst würden wir nicht hoch kommen ok und da oben hoch kommen wir glaube ich auch nicht Jaja Binks vielleicht? ne auch nicht Mann so viele Charaktere zum du musst jetzt zerstören ja Zerstörung und das hat uns so eine Fläche herbeigebracht ok dann kommen wir hier hin und hier oben ist nichts Hä? so viele Sachen die es hier zu machen gibt aber sie bringen nichts einfach nichts einfach nichts ne zurück stellen würde ich die auch nicht so hier hin hier hoch da lang bringt es nichts ok hier lang bringt es Minikit ja immerhin schon mal etwas ich bin begeistert so Tische hin ja Stühle hin tische hin nein Tassen Teller und irgendwas fehlt hier noch oder auch nicht wir können es zerstören alles klar wir können es zerstören hab ich das nicht letztes Mal auch rausprobiert? ha ich weiß es nicht mehr so ok wie weit sind wir mit dem Part? ich weiß es nämlich nicht hier ist noch Geld gut gut wir beenden hier den Part Leute ich hoffe es hat euch gefallen ich kann nicht speichern oder? scheiße oh man ich muss den Part beenden toll ich mach den ihr kriegt einen über langen Part ist mir egal das war sehr gut ok ich hab meine 4000 wiederbekommen man was ist das denn? ich kann ja nicht mal ausweichen haha meine Güte so da ist noch so ein Gegner alter halte ich noch so geht weg geht weg geht weg geht weg man nervige Kackfischer ey nervige Kackfischer so irgendwas muss doch hier hinten sein warum ist hier denn nichts? es geht doch noch weiter wenn der Part eine halbe Stunde geht insgesamt was ich hier aufnehme dann werde ich das in 2 teilen und dann kriegt ihr 2x 15 Minuten Parts ey ich glaube jetzt nicht dass wir das in 6 Minuten noch fertig schaffen aber Och geht weg geht weg so kommen wir was gab es hier? achja hier oben gab es ja auch Dinge wie viele wie viele wir haben 7 uns fehlen noch welche soweit ich weiß ob ich jetzt nicht sowas sehe bisher ne alles mitgenommen? ich glaube schon wenn ich jetzt hier irgendwie ne? ne ok ja wir müssen alle retten ist ok ist ok ist ok ok wir brauchen wahrscheinlich wieder Raketenwerfer um wirklich weiter zu kommen meine ich jetzt zu viele Charaktere gut der ist befreit ok da oben könnte man noch hoch nur wie ist die Frage ok das habe ich geschafft lol ok Moment da oben ist ein Minikit ich habe es gesehen nicht dein Ernst nein erstmal nein oh meine Güte die Steuerung hier fuckt manchmal ein bisschen ab muss ich sagen manchmal ist die echt ein bisschen anstrengend ein bisschen sehr anstrengend zack man vor allem nicht wenn man nicht oben und springt rechts und ah gleichzeitig drücken kann ok gut ich wollte gerade sagen wie komme ich da oben hin man man hoch hoch hey ok hierfür brauchen wir wieder einen Raketenwerfer ok ok da kommen wir nicht hoch alles klar ach mensch 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 ey dieses dieses Level ist anstrengend todes anstrengend und todes nervig ohne Witz gut uns fehlen jetzt noch zwei Minikids wo auch immer ich die herbekommen werde ups hä waren hier nicht gerade welche ha wie es aussieht nicht hopp hopp zack und zack ja so das gibt nur Geld genau ne jedi packen wir nicht ich krieg auch nicht jedes Geld hier eingesammelt wache jedi kriegen wir nicht hin ohne Witz what the fuck ich glaub wir dürfen echt nicht einmal sterben sonst und was auch immer ganz viel nur nie sterben ich meine so ne kleinen Beträge hier das ist ja winzig das macht ja also ja halt ne och ne geht weg nicht euer ernst ich will nicht nö man wie verhältst du denn aus geh weg man kusch 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 ah nervig ups zack so und das da oben ist die letzte glaub ich ne ja ist ok ich will das noch nicht betätigen mir fehlen nämlich noch ein paar minikids hier oben wird locker eins sein also zwei fehlen uns noch ne zwei ja zwei zwei fehlen uns noch als ob ich da jetzt runterge- och gottchen so ist nicht mein Tag Heute ist eindeutig nicht mein Tag �로 ach Mensch 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 och ne jetzt muss ich wieder warten ha ha mach hoch Danke. So. Hier ist doch locker noch ein Minikit. Hier oben. So. Hier oben. Komm. Komm. Ja. Sehr geil. Stimmt. Oh, stimmt. Und hier. Und hier hinten hatten wir doch auch noch ganz viel irgendwie zu holen. Oder nicht? Äh, Jar Jar Binks. Dann mal hier hin. Okay, hier ist nichts mehr. Hier hinten ist auch... Wieso geht die Kamera dann perfekt so? Nee, hier hinten ist wirklich nichts. Oder? Oh, da ist da was. Nee, da ist nichts. Okay, warum kommt... Ah, diese... Diese Kameraperspektive. Ist halt ein bisschen komisch dann, ne? Dass die sich halt perfekt ändert. So, ja, hier oben können wir hoch. Was bringt uns das? Da oben ist nichts. Habe ich doch eben schon nachgeguckt. Muss man irgendwie einen Raketenwerfer nutzen, um diese Dinger da zu zerstören? Die hier. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Wahrer Jeli backen wir nicht. Eindeutig nicht. WTF. Nee, hier ist auch nichts mehr. Ach, Mann. Wir bekommen nicht mehr die... Wo habe ich denn... Habe ich... Okay, ich kann mir vorstellen... Wo... Wo... Ähm... Wir diesen Metall... Also wirklich Metall... Dings... Frei... Hingebaut haben. Draußen noch. Also... Beim Schloss, beim Ballast, beim was auch immer. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, was ich meine. Ist schon mal gut genug. Aber wie ich das mit dem... Mit dem... Wahrer Jedi machen soll. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich kriege das nicht zusammen. Gut, uns wird noch ein... Dings. Gut, dann machen wir ab nächstem Part wieder mit der nächsten Episode weiter. Mit Episode 2. Weil wir beim Darth Maul Level... Ja auch unbedingt ein... Äh... Oh, elke. Ja. Ein... Raketenwerfer brauchen. Genau. Minikits. Ja, eins fehlt. Wo das ist, habe ich keine Ahnung. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das... Nächste Mal wieder. Haut... Da rein. Wir sehen uns bei... Vielen Dank.